Diese Szene hat sich ereignet vor zwei Monaten in Berlin. Leider kann ich Video nicht hochladen auf YouTube, da dort eine Rede gehalten wird, die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit zensiert wird. Deswegen werde ich dieses Video verlinken. Unter diesem Video im ersten Kommentar wird ein Link geben, den bitte anklicken, dann könnt ihr dieses heldenhafte Video angucken. Bitte teilt dieses Video, das ist sehr wichtig, damit auch der letzte Schaf versteht, was eigentlich in Deutschland los ist und auf welcher Seite die Polizei momentan sich befindet. Das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig, dass die Polizei momentan sich befindet.